Hallo, ich bin Daria. Als ich einmal im Park spazieren war, kamen mir zwei Jungs entgegen, die ich nicht kannte. Die Jungs haben mich mit Papier und Stücke beworfen und mich beleidigt. Scheiß Kanaka, Alter. Sie kann nicht mal Deutsch reden. Ja, echt mal. Diese Ausländer kann nicht mal Deutsch reden. In solchen Situationen stelle ich mir vor, dass sie zu frisch werden. Ich bin froh, dass ich zaubern kann. Aber ich darf froh sein. Und was hast du für Superkröte? Ich bin froh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.